So, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Ori and the Blind Forest. Und ihr seht es oben rechts schon 80 Prozent. Ja, ich hab mich schon abgeschlossen hier. 80 Prozent. Er wurde auch von Nibel entdeckt. Naja gut. Okay, 442 Mal. Es fehlen aber noch 6 Energiezellen und noch 5 Lebenszellen und noch 11 Fähigkeitenzellen. Mal gucken, was wir jetzt noch alles finden. Wir wollten jetzt ähm das ist jetzt wieder hoch, ne? Ja, links oder nach oben? Ja, genau. Aber da war doch... Ist der jetzt auch noch ein Kartenstall? Da war doch vorhin noch zu. Haben wir da jetzt aufgemacht? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Was ist hier? Alles offen. Oh! Ich hab viel zu laut gemacht. Ich muss gleich mal meine Ohren was leiser machen. Ja, mein Freund hört leider gar nichts. Ihr seht es wahrscheinlich, ja. Ihr seht mal ein geiles Temperatur-Overlay wollte ich gerade sagen. Nicht Temperatur ist doch eher Lautstärke. Hier konnte ich vorher gar nicht lang, ne? Aha. Wie soll man hier ohne Dash lang? Oh, geht. Okay, geht ja. Ja, wir kriegen jetzt alles angezeigt, ne? Das heißt, wo nichts ist, muss ich auch nicht gucken. Eigentlich. Äh... Ja, rechts ist eine Zelle und da ist noch was und da ist noch was. Dann gehen wir erst mal rechts rum. Sogar noch Energie. Kann man speichern. Ein bisschen Energie holen. Noch mal speichern. Hehehe. Trick 17. So. Äh, also ich werde diese ganzen Folgen irgendwie benennen mit dir. Ich gehe nur sammeln, damit die Leute, die da gar nicht sehen wollen, da gar nicht sehen müssen. Das war jetzt auch sehr intelligent. Ah, hallo? Hallo? Nein, Mann, ist denn... Nein, okay. Ja, ich will. Ey! Hehehe. So, jetzt aber. Meine Hüte. So, und jetzt wird da oben noch Energie-Ding. Also, äh, geisterlich-Ding. Wie komme ich denn da ran eigentlich? Ich habe das durch... Nee, von unten durchbrechen würde ich ja kaputt gehen. Ja. Ja. Ja, ja, ist ja jung. Ich weiß, dass ihr hier 5000-fach vertreten seid. Das ist sehr schön. Mann. Diese Dinger zu treffen? Das ist echt nicht so lang. Ach, schade, ich glaube, es gibt vielleicht ein Level-Up, dann hätte ich noch mehr Leben inne gehabt. Aber so, so kriege ich auch Leben. Kannst du gehen, ne? Ja? Oh ja. Ja, was habe ich denn? Geisterflamm verursachen Schaden erhöhen. Yay! Was ist das? Ultrastampferradius und verursachter Schaden, Schnellflamme, Stichflamm-Explosion und Ultra-Streuflamme. Kann ich auch mal lesen? Also, Entschuldigung. Ich gelegen. Ich gelegen. Ja. Okay. So. Da oben ist noch eine Lebenszelle. Okay, ich könnte natürlich einfach Dinger nehmen. Yay! So. Und dann, äh, runter und rechts gibt es noch eine Fähigkeitenzelle und Geisterlicht. Da oben sieht es aus, als wäre da was. Aber, da wird mir nichts angezeigt. Uuuh! Hä, was ist da? Ist das nur Deko? Echt? Ach ne, das ist, ah, das ist die, da, der Weg da drüber. Den sieht man da nur. Ja. Ich wollte es ja nur jagen. Ja. Ich wollte nur grad gucken. Ja. Ähm, da einmal rechts rüber. Ah, da ist zu mal wieder, natürlich. Oh, ich komme noch von oben ran, vielleicht. Ah, ja. Oh, ja, ich möchte ja ihn. Aber Moment, diese Fähigkeit gab es doch erst in der Definitive-Vide. Ja. Muss doch eigentlich sein. Level up! So, dann runter, links, rechts rein. Runter, links, rechts rein, wisst ihr Bescheid. Uuuh, hier. Ja. Ich guck mal. Zwei. Ultra-Stamm-Wahr-Alder. So, ähm, dann gehen wir jetzt, äh... Ich hab eine Sonne, aber gucken. Oh ja, stimmt, da war er noch gar nicht. Warum nicht? Hä? Komm ich denn da hin? Achso, da bin ich jetzt. Okay. Das heißt, ich geh jetzt nach links rüber und dann ein Stück und dann rechts wieder rein. Da war ich noch nicht. Komm ich da hin? Ja, muss ich ja von der Seite hinkommen. Hier schon rüber? Ach, hier runter. Oh. Okay, mach 10 Schaden mehr. Ah, hier erstmal tauchen. Äh. Komm, ich speichere noch mit. Nehmen wir. Dann sind wir auch wieder so voll. So, und dann müssen wir da noch... Und dann durchdashen. Yay! Meine Fertigkeitszelle. Und dann... Ich weiß nicht, warum. Ah! Ah! Schaut die Karte. Aber da oben ist auch eine Energiezelle. Ist mich auch nicht verkehrt. Moment doch gleich. Hier? Okay, wie komme ich denn da hoch? Außer so. Aber auch nicht. Ah, hier ist Wind. Ja. Uhu! Noch eine Energiezelle! Geil! So, dann gehen wir nach rechts. Dann machen wir die zwei dann noch. Das war nur Geisterlichter. Dann haben wir die auch. Bin mir gerade ein bisschen motiviert, das vollständig zu machen. Ich weiß auch nicht genau, warum. Verlässt du mich, wenn ich jetzt dauerhaft After-Age bin? Nein. Hau rein ins After-Age. Also, mit dem Mund. Ah! Kann ich das sprengen? Das heißt, es muss hier noch irgendein... Ja. Das heißt, es muss hier noch irgendwas geben. Hier, rechts. Das ist der Fertigkeitenbaum. Das ist der Fertigkeitenbaum. Ja. Was ist hier irgendwo? The Way. Ah, guck mal. Warum es auf jeden Fall wird. So, more Ghostlight. Und da ist ein Laternchen. Und es war das richtige Laternchen. Sonst war hier nix. Oh! Ich dachte, wir werden stacheln. Äh, was? Hier komme ich gar nicht raus? Ach ne, ach so, das war... Okay, ich habe mich verguckt. Nach oben komme ich aber raus. Okay. Aua. Hui. Uh. Äh, vielleicht nehme ich mir das. Also nicht das, sondern... So, und dann das. Nochmal auf 400. Meinst du, das ist eigentlich auch beeinflusst von hier? Erhöht deine Ausbeute an geisterlich? Oder ist das nur von Gegnern? Kannst du mir vorstellen. Aber 400 klingt zu viel. Ja. Mhm. So, da unten ist nix. Aber du kommst halt auch erst dran, wenn du die DLC-Fähigkeiten und das Stampen und das Springen hast. Das ist nix. Na gut, das stimmt. Da ist noch was. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Und dann... Wollte ich gerade fragen, waren hier eigentlich Dornen oder so? Ja. Danke, dass du mich erinnerst. Okay, warte. Nein! Oder die linke Wand? Ich bin hier? Bin ich ein bisschen höher. Dann hätte ich vielleicht nochmal den dritten Sprung. Ach ja, schön. Aber ich kann nicht nach oben deschen. Mal richtig hochkommen. Level up! So, äh... Da kann man eigentlich links weitergehen. Oh, der ist gestorben. Nee, doch nicht. Ich dachte, blöd, ich bin ja gestorben jetzt. Achso, ich bin nicht sicher, ne? Ja, auch nicht. Hey! Ist hier sicher? Natürlich, hier ist voll sicher. Ähm. Äh! Entschuldigung. Ja, ich vergesse immer, dass ich A drücken muss und nicht einfach nur LT loslassen muss. Sonst, um den Spiel zu springen, musst du nie A drücken. Ja, ich dachte, das wäre halt der super-mega-Affensprung. Dann geht das fast besser. Also, dann müsste das vielleicht nicht so gemacht werden. Hab ich so gedacht. Hab ich mir einfach so gedacht. Aua. Ich vergesse den Dash. So. Ja. Bist du jetzt unten durch? Du musst doch oben hochschleudern. Hab ich überlegt gerade. Du musst eigentlich gehen, oder? Ja. Schmeißfliege. Ja. Mit einer Schmeißfliege. Ja, komm. Na gut. Ich mach's selber. Yay! Puh. Was haben wir? Zwölf Leben? Hey, da oben müssen wir aus dem Hinterkopf gehen. Guck mal rum. Hm. Guck mal denn da hin. Jetzt auch. Ja, das oder das von links von dem Brunnen? Da unten war ich aber auch noch nicht. Ruhe! Ja, aber ich dachte... Oh, dann kann ich erst mal gucken, ob ich hier von dem Brunnen da vielleicht da hinkomme. Hey. Da oben? Ich weiß, ob das von rechts da dran ist. Okay. Ja, das ist die Frage. Warum? Ach so, bestimmt. Ja, gut. Hier? Hier? Hm. Oh Gott, falsch, das ist so gut, Alter. So, das war aber dann das hier alles. Fack mal mit dem Kabel. Immer leer. Was übrigens, da liegt es unten in die Ecke, hat immer noch nicht gekauft. Ja, also... Ach, wenn hier ein Hotelkettel dann... Echt? Okay, gut. Dann geh ich hier noch durch. Das ist durchdashen. Ja. Ja. Mach ich. Guck mal, du bist auch wieder da. Aua! Was machst du? Fliegen geklappt. Ach so. Ich markiert mich, weil ich den Kugel gefangen habe. Ja, die halten zusammen. Echte Fliegen halten zusammen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal links runter und dann nochmal nach links, gucken, wo wir da reinkommen. Äh, was nehme ich mit? Hallo? 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 Oh, ihr sagt nein! Hallo! Hä? Hä? Deine Mutter hat's gebracht. Deine Mutter sind die Versörs. Wat? Aua, er hat hier weh gekannt. Vielleicht tut mir leid. Yay! So, und unten ist noch Lichtergeist. Ja. So, dann. Ach so, ich kann mich eigentlich mal gucken. Zwei. Yeah! Geisterflamme erheblich schneller. Geil. Okay, immer noch nur 96% in der Grodde hier. Wie hört ich da los? Ach, die kriege ich hier... Ach so, die geht da unten weiter. Alles klar. Das heißt, ich gehe jetzt rechts runter und dann nach rechts brauchen wir gar nichts mehr. Ich gehe rechts runter und dann nach links. Am besten... Am besten... Die zweite links. Erste oder zweite ist eigentlich egal. Hier, ne? Ich habe doch gesagt, erste oder zweite. Die zweite ist eigentlich egal. Hier. Habe ich das schon gemacht? Hä? Ich habe schon... Ich habe schon... So, einmal unten ist Licht. Oh! So, und jetzt geht es darum zu sehen... Haben wir es hier nicht schon mal versucht? Haben wir nicht verstanden? Oder ich habe nicht gesehen? Hier war man schon. Tatsächlich. Aber die nächste Lebenszelle! Haha! Ich dachte, da wäre was. Karte sagt 98%. Schwarz, Wurz ist auch nur 95%. Auch da rechts... Hä? Na egal. Echt, dann kriege ich nicht 100, ne? Wenn ich nicht alles... Hm. Aber sonst ist hier in der Grotte scheinbar nichts mehr. Da, ja. Da muss rein. Aber da ist jetzt noch ein Schnellreise-Wiefer. Hier? Ah ja, über dir. Ah ja, da, genau. Ja. Ich muss eh da vorbei, oder? Ja. Weil denn da links ist noch mehr, oder? Und da ist nur ein Ding hier, oder? Ja, wo muss ich denn da sein? Ich könnte... Warte, wo bin ich? Ach, ich bin da. Ich könnte natürlich da oben durch, dann hier nach links. Dann da nach oben. Und die zwei Sachen, oder die Sachen hier holen. Ist das schwierig? Ist das schwierig zu entscheiden? Aua. Okay. Also, nehm mir den Wind. Hier? Nee. Nee, die nächste. Ach so, ja, nee, weiter hoch. Ja. Du wolltest es, oder? Naja. Ich wusste noch nicht, ob ich hier schon abbiegen muss, oder erst später. Das war mein Frage. Ja. Ja. Vielen Dank.